Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man alle eure Daten vom Android-Gerät auf das iPhone übertragen kann, wie überträgt man Kontakt, Fotos, Videos, Musik und andere Informationen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplatten-Analyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie Ihr altes Smartphone von Android auf ein brandneues iPhone anstellen möchten und sich fragen, ob es möglich ist, die benötigten Daten auf ein neues Gerät zu übertragen, ist dieses Video für Sie hilfreich. Da werden wir im Detail analysieren, was übertragen werden kann und wie es geht. Also, fangen wir an. Die erste Möglichkeit, Datenbedingte eines Computers manuell vom Android-Gerät auf das iPhone-Gerät zu übertragen. Um Kontakte Fotos, Musik, Videos und Dokumente von Android auf iOS zu übertragen, benötigen Sie einen Computer mit installiertem iTunes. Schließen Sie zum Übertragen Ihr Android-Gerät an Ihren Computer an und finden Sie hier Ihre Fotos, Videos, Musik, Dokumente und andere erforderliche Informationen. Fotos und Videos auf den meisten Geräten befinden sich im Ordner DCI, Kamera oder Ähnlichem. Musik wird normalerweise im Musikrekorder gespeichert. Und die Dokumente befinden sich im Ordner Dokumente. Wählen Sie die Daten aus, die Sie übertragen möchten und kopieren Sie sie auf Ihren Computer. Trennen Sie den Kopiervergang nach Abschluss des Kopiervergangs vom PC und schließen Sie das iPhone an den Computer an. Öffnen Sie die iTunes auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie Fotos, Videos, Musik usw. vom iPhone. Nach der Synchronisierung sind Ihre Daten in den entsprechenden Abschnitten verfügbar. Zum Beispiel Fotos im Programm Fotoalbum. Musik wird in der Musik verfügbar sein. So synchronisieren Sie Bücher im iTunes Menü, Bücher synchronisieren, EPUB und PDF Dateien. EPUB Bücher und PDFs auf dem iPhone sind unter Bücher alle Bücher verfügbar. Für Kontakte ist es am einfachsten die Standardmenüpunkte Importieren, Exportieren zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie keine zusätzlichen Programme oder Synchronisierungen herunterladen. Wie kann man es machen? Auf einem Android Smartphone müssen Sie Kontakte öffnen und dann im Menü den Eintrag Importieren finden. In diesem Abschnitt gibt es in Speicherexportieren. Auf diese Weise wird auf dem Telefon eine WCF Datei erstellt, die von Apple Geräten gelesen werden kann. Als nächstes muss die Datei über iCloud, Bluetooth oder iTunes auf das iPhone kopiert werden. Senden Sie die Datei mit Kontakten an eine E-Mail-Adresse in iCloud und öffnen Sie den Brief in der E-Mail-Anwendung. Oder synchronisieren Sie Geräte und streamen Sie über Bluetooth. Und noch eine Möglichkeit die Datei auf dem PC zu kopieren und dann per Drag & Drop auf iTunes zu ziehen, das mit Ihrem iPhone synchronisiert ist. Nachdem die Datei auf das iPhone kopiert wurde, müssen Sie nur noch die Telefonnummer importieren. Kontakte importieren, exportieren und geben Sie die Datei an. Eine andere Möglichkeit Kontakte mit einer SIM-Karte zu übertragen. Die Anzahl der Kontakte für eine solche Übertragung ist jedoch von 200 auf 400 begrenzt. In diesem Fall müssen Sie auf dem Android Gerät beim Importieren eine SIM-Karte auswählen. Dann legen wir die SIM-Karte in das iPhone ein, öffnen das Einstellungsmenü Kontakte. Und hier aktivieren Sie SIM-Kontakte importieren. Danach wird die vollständige Liste der aufzeichnenden Nummer im entsprechenden Abschnitt kopiert. Die meisten Programme, die auf Android installiert sind, sind im App Store enthältlich. Sie müssen lediglich den App Store öffnen, die von Ihnen verwenden Programme suchen und auf Ihrem iPhone installieren. Für die zweite Methode zur Datenübertragung benötigen Sie Plan, eine dedizierte App und etwas Freizeit. Wir aktuieren Wifi auf einem Android Smartphone und laden die Move to iOS Anwendung drauf herunter. Jetzt müssen Sie sicherstellen, dass das iPhone über genügenden Speicher verfügt, um alle Daten von Android Gerät zu übertragen. Wir schließen beide Geräte an, das Ladegerät an, da die Übertragung sehr lange dauern kann. Wenn Sie diese Zeichen übertragen müssen, aktualisieren Sie Google Chrome auf die neuesten Versionen. Öffnen Sie auf dem iPhone AVP ein Datenbildschirm, wählen Sie ein neues iOS Gerät einrichten. Klicken Sie dann auf Daten von Android übertragen. Wenn das iPhone bereits aktiviert ist und die Einrichtung bereits abgeschlossen ist, müssen Sie die Daten vom iOS Gerät löschen und von vorne beginnen. Öffnen Sie dazu Einstellungen, Allgemein, Zurücksetzen, Inhalt und Einstellungen löschen und bestätigen Sie das Löschen der Daten. Schalten Sie Ihr iPhone an und klicken Sie auf Manuell einrichten. Wählen Sie Ihre Sprache und Ihr Befehl-Netzwerk aus und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Assistenten. Tippen Sie auf den Bildschirm APPS & Daten auf Daten von Android verschieben. Wenn Sie die Daten nicht löschen möchten, übertragen Sie den Inhalt manuell wie bereits erwähnt. Um die Übertragung auf dem Android Gerät vorzusetzen, starten Sie die Anwendung zu iOS verschieben und klicken Sie auf Weiter. Akzeptieren Sie die Bedienungen der Lizenzvereinbarung gefolgt von Weiter und in der oberen rechten Ecke des Bildschirms Kurt suchen. Tippen Sie auf dem einfachen Android Transfer-Bettschirm auf Weiter und warten Sie bis der 6- oder 10-stellige Code angezeigt wird. Wenn auf Ihrem Android Gerät eine Meldung über eine schlechte Internetverbindung angezeigt wird, ignorieren Sie diese. Geben Sie den Code ein, den Sie auf Ihrem Android Gerät erhalten haben und warten Sie bis der Bildschirm Daten übertragen angezeigt wird. Wählen Sie dann aus, was Sie übertragen möchten und klicken Sie auf Weiter. Bitte beachten Sie, dass Sie, selbst wenn auf dem Android Gerät eine Benachrichtigung angezeigt wird, dass der Vorgang abgeschlossen ist, nichts tun, bis die Ladeanzeige auf Ihrem iOS Gerät vollständig vor ist. Der Übertragungsvorgang kann abhängig von dem Kurs des übertragenen Inhalts eingezeigt dauern. Folgende Daten können übertragen werden. Kontakte, Nachrichten, Verlauf, Fotos und Videos von der Kamera, Lesezeichen aus dem Internet, E-Mail-Kontakt und Kalender. Darüber hinaus wird ein Teil der kostenlose Software übertragen, sofern sie sowohl bei Google Play als auch im App Store verfügbar ist. Wenn der Fortschrittsbalken auf Ihrem iOS Gerät das Ende erreicht hat, tippen Sie auf Ihrem Android Gerät auf Fertig. Tippen Sie anschließend auf Ihrem iOS Gerät auf Weiter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihr Google-Konto-Kennwort ein, um E-Mails und Kalender zu synchronisieren. Überprüfen Sie nun, ob alle von Ihnen ausgewählten Daten inkreiert wurden. Musikbücher und PDF-Dokumente müssen möglicherweise manuell übertragen werden. Bei Anwendungen werden automatisch nur diejenigen installiert, die kostenlos im App Store verfügbar sind. Der Rest muss über die Suche gefunden und manuell heruntergeladen werden. Wenn Sie andere einfache Möglichkeiten zur Datenbetragung kennen, freuen wir uns diese in den Kommentaren unter diesem Video zu sehen. Und selbst ein Anfänger kann mit den Open genannten Methoden umgehen. Sie müssen nur den Ratschlägen genau folgen und Sie werden Erfolg haben. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Euch geholfen. Vergesst nicht, Euren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellt Eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.